Mein Name ist Kostja Ullmann und ich spiele hier Chris, den Bandleader von Berlin Mitte. Ich bin einmal Fischer und spiele die Lila. Lila! Anja 1-0 ist echt genug. Miss Chaos, Back in Town. Die zwei lernen sich in einem Gewächshaus kennen. Da dreht nämlich gerade die Band Berlin Mitte einen Werbespot. Und Lila ist gerade da, um für ihren besten Freund eine spezielle Pflanze da aus dem Gewächshaus zu klauen. Und fällt ihm quasi eigentlich so vor die Füße. Okay, wir machen ein Foto und du rückst ein Autogramm, aber dann ziehst du ab. Wir machen was? Und verliebt sich eigentlich auch schon so auf den ersten Blick gleich so in dieses Mädchen. Wie heißt du denn? Lila. Und du? Äh, ich? Ja, du? Ich bin Christopher. Ein normales Mädchen verliebt sich in einen Superstar, weiß aber nicht, dass es ein Superstar ist. Und meine kleine Schwester nimmt mir diese Band an. Wie heißt sie nochmal? Hannuf Zoo? Äh, Berlin Mitte? Also Berlin Mitte ist in unserem Film, würde ich behaupten, die erfolgreichste Band der Republik. Und was machst du so? Ich bin der Liedsänger von Berlin Mitte. Er schläft ja dann bei ihr, sie haben ja einen schönen Abend zusammen und so. Passiert aber nichts. Und am frühen Morgen wacht sie auf und die Familie ist schon zurück. Was ist denn hier los? Lila, wer ist das? Wieso seid ihr denn schon da? Was soll das? Lass den Fatsch! Und da scheint sie zum ersten Mal, Wahnsinn, das ist echt ein Superstar. Ah, das FBI. Wir haben schon mal ohne euch angefangen. Chris. Chris hat das Problem, dass einfach einen Manager hinter sich hat, der irgendwie nicht will, dass er eine Freundin hat. Du schon wieder? Sie schon wieder. Abflug. Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Marketingtechnisch geht das gar nicht. Funktioniert das einfach nicht in dieser Welt. Und deswegen ist das alles so ein Problem. Wir haben bis morgen zusammen. Leonardo DiCaprio? Hier, Koffein ist gut gegen den Mund gehoben. Hilf doch gegen Scheiße quatschen. Es ist einfach sehr schön gemacht und jeder hat echt seine Liebe reingesteckt und es ist einfach nur Unterhaltung. Eine geile Szene. Ich finde, jedes Mädchen, jede Frau sollte ihren Mann in ihre Taschentüche einpacken und ins Kino gehen und einen richtig schönen Abend erleben. Love is a battlefield. Herr Yiddish, ihr seid die beiden Süßen, die den Mega-Meat mit Chris gewonnen haben. Wir mussten das Treffen nur eine Stunde nach hinten verschieben. Du Ratte! Du hast mir meinen Platz geschlagen! Ich konnte so das machen! 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 Love is a battlefield.